hey leute und herzlich willkommen bei einer neuen folge von ack survival evolved ich bin mit easy style und dem guten zirko unterwegs die flug gerade bei mir auf dem server und ich weiß noch nicht genau was die jungs vorhaben ich werde jetzt einfach mal hinterher fliegen die wollten in die berge fliegen ja berge nur der andere er stirbt schon ich bin in diesen dreckigen see der nähe von dem blauen weiß dass der adler nicht schwimmen kann oder ja ich bin gerade reingefallen aus versehen aus versehen ach da ist auch stürzlug vielleicht niemals dass er mehr tragen kann weil wir so ein bisschen metall oder so mitnehmen vielleicht zählen wir noch unterwegs noch mal so mammut oder so interessant interessant habt ihr das mit dem bronto update schon gehört du kannst auf dem bronto wenn du einen sattel hast ja dann kannst du auf dem bronto sattel eine base bauen ja das habe ich gesehen das ist übel in der mobile base acht wochen um fünf meter zu laufen aber du kannst wenigstens genug mitnehmen also ich habe es mal versucht aber es hat gestern bei mir noch nicht hingauert ich hatte ein stein plateau versucht aber irgendwie funktionierte das nicht aber war das nicht eine mod oder ich habe es nicht richtig nachgelesen ich habe das bei steam nur so gelesen und gesehen ich denke okay also ich habe es bei twitter gesehen da was hieß es ist eine mod gut dann konnte es natürlich nicht funktionieren kann auch gut sein dass sie es auch so rein bringen irgendwann ich meine da ist ja genug platz drauf und ich denke mal dass später mehrere irgendwie drauf reiten können oder du kannst ja eigentlich mit allen tieren mit mehreren reiten die anderen können sich ja einfach drauf stellen du kannst ja auch mit acht man auf eine schildkröte drauf wenn du willst ja okay ja das sieht zwar reichlich dem nicht aus aber ja kann man so sagen zu welchem berg fliegen wir denn zu denen dann geradeaus oder rechts oder ich glaube wo meine ich unsere base haben eigentlich ich glaube ich der rechte berg also der in der mitte wo wir jetzt darauf zu fliegen das ist glaube ich meiner da ist meine drauf wir haben ganz rechts eigentlich wo ich sehe nichts das spiegelt ja ja mir egal sonst können wir auch zu bens base ist das wurst wo eisen gibt es in den bergen on mass eisen obsidian alles aber dass das wort näher ist okay dann müssen wir glaube ich hier so ungefähr zu dem turm dahinten oder bloß nicht absteigen oder und es gibt es ein lila supply gate mit einem duten vielleicht gibt es ein paar blueprints das ist jetzt auch so eine sache ich kann jetzt alles eigentlich nur noch was ich brauche über blueprints machen das ja weil neu erlernen ist ja jetzt gerade nicht ich habe jetzt noch 13 punkte nur ich bin ja jetzt maximale will ich kann jetzt nichts machen wenn ich jetzt was machen will was ich nicht habe blueprints das immer zum thema als nicky mich gestern angeschrieben hat ob ich hier noch ein sattel machen kann für ein a kilo oder wie heißt ich habe keine punkte und den habe ich leider nicht erlernt deswegen brauche ich für sowas muss jetzt blueprints finden ja ja glück glück muss man haben ja oder auch pech oder wildcard macht jetzt mal langsam hinter das neue patches mit level rauskommen ja ich denke konnte bestimmt noch was immer zu oder ach das wird erst angeblich ist das spiel erst nächstes jahr irgendwie in einem jahr fertig also da wird noch jede menge kommen ich denke mal nicht dass die die early access jetzt schon soweit vollgeballert haben dass da nichts neues mehr zukommt eben das spiel auf die konsole noch kommt und ich denke mal auch nicht dass da die ganzen baulevel bis nur irgendwie level 65 gehen dass da nichts neues mehr zukommt das kann ich mir nicht vorstellen weil man ist sogar relativ schnell aus dem 100 wenn man halt viel baut und das ist es ich bin im endeffekt ratzfatz auf 71 gewesen das war ja das hat jetzt vielleicht ein paar wochen gedauert ich weiß nicht ich habe jetzt heute mit 42 angefangen habe ich das tor mit der mauer geboren jetzt bin ich auch schon 45 ja siehste aber mal kurz absetzen weil sonst stamina langsam geht die stamina runter echt bei mir ist noch voll gut ja ich kann ganze abspenden hier ja ich auch einmal sturzflug da unten ich glaube da sollten wir nicht landen lassen wir hier oben auf dem stein landen hier ist bei mir nix weiß ich nicht wo ihr seid ja wir sind hier da sind drei kanus scheiße man muss es ja nicht auf die spitze tragen ich komme nicht mehr drauf offen war klar komm her wo bobo lauf jetzt nicht den berg darunter das immer weiter laufen mehr so lange so ein paar meter ist ja okay aber wenn jetzt ganz ja mal die drohne war da war die heiß ameisen wo sie anders sind die tot okay kein bisschen das ist ein spino damit versuchen spino zu zähmen nein wir haben es ja einmal fast hinbekommen aber dann kann man so ein scheiß deal und hat ihn dann aufgefressen ja aber wenigstens habe ich dann groko gekriegt dafür ja gute frage ich finde ich steige jetzt wieder auf weil die dings müsste jetzt eigentlich wieder da sein ja es geht ja schnell dass da mehr genau wenn sich wo bist du denn ja in der luft ja wie auch beim spino hier kann spino also ich fliege jetzt einfach mal zu denen mit dem turm da hinten hin oder oder bist du bei ein bisschen über fluss oder wo bist du ich bin über dem fluss jetzt gerade ach so da sind wir rechts von dir wahrscheinlich kann man nicht so weit gucken ich hatte das ein bisschen runter gestellt bei mir ich habe auch medium also oh you freezing ja seitdem läuft es aber wirklich extrem flüssig das spiel ja ich habe jetzt im moment habe ich noch zwischendurch solche rüttler so ein bisschen störe das liegt aber glaube ich heute am server die habe ich heute aber auch ach so aber es werden wir ein bisschen die tektur nachladen das ist das denn da ich bin jetzt gleich auf diesen großen berg da nicht in links den riesigen sondern hier diesen wo wir die adler gezähmt haben ich bin direkt hinter dir dann ist obendrauf das ist das nicht glaube aber es ist ein baum das ist ein baum das ist ein baum da ist ein baum ja aber ach so da ja das ist doch hier oder nicht ja mit dem was da ist würde ich sagen wenn wir gerade unterwegs da liegt ein t-rex mit vier brontos haben ihn gerade gekillt deswegen schlechter tag und ein raptor hat ihn gefressen natur macht ihr ding do you think der menschen der chitine rüstung an und nicht friert immer noch ich meine wir sind doch ziemlich hoch hier noch komme ich dann irgendwie wieder hoch weil ich nehme dann lieber mein adler mit war an die ist niki da oder wir müssen rumschwören ist die spawns oder ach so da ist niki wo bist du dann ja auch hier oder was niki ist die hier ist sie bei mir okay worte lasse ich jetzt bloß wieder auf den berg hochkommen da unten ist ein mammut skorpion t-rex ich glaube hier sollte ich nicht landen hast taming zeug dabei ich habe kein narco dingens mit shit 3 zirbelzahntiger auf dem mammut genau genau da wo wir unsere base gebaut haben unser ofen und das mammut macht alles kaputt gerade oh gott ok ja dann fliege ich mal dahin dann bist du noch bei mir in der nähe ja warte ich versuche gerade hier wieder hochzukommen damit ich auf meinen adler draufkomme sonst nehme ich da einfach möchte ich grabben ja könntest du das mal eben wo bist du denn sie dann hat ihn gehauen hat ihn gehauen wasser gut müsste jetzt noch klappen vor allem der t-rex war das mammut hat wirklich alle drei zirbelzahntiger umgehauen und ein skorpion dann hole ich mir das fleisch ach niki was sind die denn bei unserer base wirklich ja da wo wir ich war dabei letzten mal auch welche jetzt mal gucken wo seid ihr jetzt eigentlich ich weiß nicht wo ihr seid ich hole nur das fleisch ich bin jetzt gerade bei nikki fliegt hier um ich sehe euch schon hier ich bin hier müsst ihr mich hier sehen ich gucke auf unsere bases das ist noch die sonne ist so übelst am knallen ich sehe nix wussten ja unsere base gerade mal ich bin da gleich gefunden da fliegt auf jeden fall ein adler ich gehe mal hoch dass ihr mich vielleicht seht ein adler ein wilder dann wird das der wilder adler sein aber ich habe gesagt ihr seid auf dem berg oben drauf nicht ganz also wir sind bei 60 60 60 43 rum die sonne ne ich glaube sonst folgt einfach nikki oder da vorne fliegt nur ich müsste bei euch in der nähe auf jeden fall sein ja ich bin ja auch noch bei diesem berg wo wir wo ich eigentlich gerade gesehen hab noch die sind aber glaube ich ein bisschen tiefer dahinter ich guck mal dann ist unsere base oder weil da war so eine lichtung ja ich hab sie gefunden cool da kommt ein adler gefliegt ja hier unten ist es sind echt viele lecks zwischendurch so ne ist bei mir so weiß ich nicht jetzt gerade geht es wieder aber er hat er hat heute ein paar ruckler auf jeden fall mhm hier waren säbelzahntieger die haben drei stück der hat der mammut hier umgebracht der da steht meins finden wir noch welche so das ding ist aber ja es ist jetzt ist nee da ah nee da ist nikki doch ich glaube ich möchte jetzt mal nicht gehen willst du den team habe ich gerade überlegt wenn er gerade in der nähe ist aber keine bären dabei dann müssen wir wieder sammeln ja theoretisch können wir alles in den reinklatschen das ganze metall und so ne ja für den Acher das ist praktisch also sollen wir Tame? Machen wir mal kommen wenn er gerade in der nähe steht alles klar äh adler du machst mal neutral ist meine auch auf passiv oder so passiv und ja meiner ist auf passiv und die selbe following du musst mal drauf ne tu das gucklob 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 nein mein adler hat den geblockt ja der hat nicht getroffen ja oh 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 hallo hallo mammut gucklob du guckst...der schiebt hallo der schiebt mich an nicht getroffen ah umgefallen ah nikki bringt mich zu eurer base ich hab hier geschrieben gut das ist nur der bären sammeln Also, Bären sammeln? Ja, die sieht die ja wahrscheinlich nicht, für ihre Auflöpfung. Ja gut, schon mal Bären. Bäume? Was? Gibt's da Bäume? Ich sammle die ja nochmal die Pfeile hier ein, die der im Kopf stecken kann. Der hat mich voll angeschielt. Der schielt echt, oder? Ja. Alter. Das ist wieder Pronto wie Kiffergrinsen. Jetzt brauch ich nur noch ein Tier zum Bären sammeln, oder? Na, Ancolö. Ja, genau. Stego. Ja, mit denen kannst du auch mega gut, mit Mammuts und so, kannst du auch voll gut die sammeln. Wir müssen gleich wieder was entlegen, ich hab bald nix mehr zu essen. Ich hab nur ein bisschen dabei. Okay. So, ein bisschen Bären rein. Ist ein Narkotikum dabei oder so? Nö. Wo ist mein Adler? Ähm, Stitch? Du bist ja auch am Frieren, ey. Hey, ey, ey. Weiß gerade echt nicht, wo Niki mich hier hinbringt. Ach doch, da sind wir ja. Ich würd sagen, weißt du wahrscheinlich selber nicht, aber okay. Ja, das geht schnell bei dem. Kann man irgendwas gegen Frieren machen, außer Feuer? Ähm, ne. Ne, ne. Das kannst du vergessen. Wär doch cool, wenn man irgendwie mit Fetch oder so, oder mit Fiber seine Rüstung irgendwie ausstopfen könnte, weißt du? Gelle auch cool. Ey, ist noch in der Alpha. Schreib dir Jungs ne Nachrichten. Ja echt? Wir stehen auf sowas. So richtig? Da. Ich glaube jetzt können wir einfach schon mal wieder weiter mit Kanzler. Das ist ein Zebelzahntiger. Wo? Hinter Mammut. Dreh ich um. Dreh ich um. Dreh ich um. Das röst gerade Mammut an. Du Drecksau. Nein. Nein. Der ist noch beschäftigt gerade. Warte. Ja, ich sehe ihn nicht durch das Mammut. Ja, ich sehe den auch nicht. Wo ist denn der? Der ist da drin. Der ist da drin. Super. Ich mache das Mammut kaputt. Ich will die Sebelzahn nicht umbringen, gell? Nicht umbringen. 010. Boah, Alter, hält der aus? Wie schweilt der schon im Arsch hat? Jetzt liegt er. Nein. Den hast du gekillt. Maaann. Ich habe den nicht umsonst auf die Omega gehauen. Haben wir alles verloren, hey. Mammut, Zirbelzahntiger, oh, soll das, hey. Ach, Scheiße. Made my day. Ja, geil. Mann, ich hatte nur mit den Tamefeind drauf geschossen. Ich auch, aber der hat zu viel mit seiner Waffe drauf geschossen. Ja, Ben. Ben ist schuld. Ja klar, er bringt ihn um, meine Schuld ist es. Ben ist schuld, so. Ja, okay, wir finden doch irgendwo bestimmt noch einen, oder? Ja, klar. Aber jetzt können wir ja weiterlaufen. Am besten fände ich jetzt echt noch in dem Spiel eine Obst, irgendwie so eine Dings, dass du den Tieren sagen kannst, dass sie zur Base zurückfliegen sollen. Das wär auch so. Dass sie dich um die nicht kümmern muss, weißt du? Ja, weil hier, siehst du... Ach, lass uns den Teil schon mal schmelzen, oder? Ja, aber Holz bräuchte man noch, he? Ja, ich will mal bisschen. Dass wir eben was fahren. Ja. Holz, 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 Holz. Da liegt nur 100 Eisen drin, ey. 66 gehören mir. Das sei doch vom letzten Mal, oder? Weiß ich nicht. Ich glaub, es muss doch vom letzten Mal sein. Ich hab da gerade nur 66 reingetan. Cool. Irgendwas ist in die Lopo hier. Was ich gerade gehört hab. Ja, beim... Hehehehe. Spuck dich an! So. Metallsperr ist die beste Waffe, ey. Außer gegen solche Klopser, wie... Genau. Gehen Metallsperr gegen Spino. Hehehehe. Der lacht. Ich schmeiß euch mal noch 20 mit da rein, ja? Mhm. Brauchen noch eine Kiste, hä? Unsere andere Kiste ist irgendwie kaputt. Bimm. Die war immer eine Kiste. Hier war mal eine, ja. Aber wenn hier alles drauf klopft, ich... Ich baue mal schnell eine. Ja. Okay. Gut, sonst kann ich hier mal ein bisschen an Säbelzahntiger suchen, oder... Oder ich hab noch ein bisschen Metall, glaub ich. Ich glaub, wir müssen einfach die Folge gleich bänden, ne? Ja, halt auch. Wär vielleicht gut, bevor wir gleich drei Stunden aufnehmen. Genau. Hehehehe. Guck mal, MTOP ist in der Nähe. Ist aber kein Eisen mehr, oder? Ne, da müssten wir wieder auf den Berg hochfliegen. Gut, aber jetzt bänden wir erstmal die Folge und machen im nächsten Part wieder weiter. Jo. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Bye,idos. Jess. Alle